Eine Behandlung der Mundwinkel kann einen Menschen sympathisch darstellen und dafür ist diese Behandlung hier auch vorgegeben. Die Mundwinkelbehandlung, also Anheben der Mundwinkel von einem traurigen Blick in einen neutralen oder freundlichen Blick ist hier das Ziel. Und hier zeigen wir gerade so eine Behandlung. Das ist schon mal im ersten Schritt. Nach 10 Tagen werden wir hier noch ein besseres Ergebnis erreichen, aber das alleine reicht schon mal aus, um einen freundlichen oder neutralen Blick zu erzeugen.